Und immer noch erklimmen wir den Berg der Dunkelheit, der uns führen wird zum Schloss der Finsternissen in Psyche der Entsetzung 3. Ajoa Stefan, dankeschön. So, bevor ich es tatsächlich total vergesse, okay, ich habe noch gewartet, bis wir alle treffen, sehr schön. Also, was man auch wunderbar sehen kann, ist, dass sich die gute, wie heißt sie jetzt, Angela, trotz des aktuellen Stabes nicht unbedingt physisch hervorbrot, was über Schade. Aber was soll's, ist halt so, gell? So, bevor ich jetzt, das Vieh ist hinüber, das ist gut, bevor ich das jetzt vergesse. Also, ich bin, das ist jetzt Freitag, wenn ihr das ja lesen, ich meine, hören könnt. Ich bin quasi ab heute, für euch ab heute, quasi in einem verlängerten Wochenende unterwegs. Und ich habe vor, noch eine Folge Suikon 5 voraufzunehmen, das würde hier nach passieren. Aber sollte ich es nicht mehr schaffen, dann macht mir bitte keinen Strick daraus. Während wir der Burg der Finsternis vorstellig werden, haben sie die Tür aufgelassen? Ja, und die Jukebox läuft auch noch, wundervoll. Sie haben den Ofen an, Fledermaus-Embleme an der Wand, aber die Tür war zugesperrt. So, wir haben links und rechts hier jetzt einen Gang, und die gehen wir lang. Evil Riku hatte mich gefragt, ob ich denn in der Zwischenzeit mal diese Sternenkrone, wie das Ding hieß, in Sternenreif, das Sterne-Linksbums, ob ich den, Moment, was machen wir denn jetzt am besten hier? Ah, genau, mach das hier mal, und dann machen wir das hier. Äh, ob, Moment, ja genau, ob ich diese Sternenkrone der Liese gegeben habe, damit sie es anziehen kann, und ich dachte, was, das kann man geben? Ja, offensichtlich ist es so, dass es habe ich total... Ey, ey, du fieses Mistgeburtenteil, du dreckiger Rumpfen. Wieso konnte er, obwohl er gestillt war, immer noch Hunger haben? Nein, 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 nein. So, die Gegner hier sind aber stärker als das, was wir so bis jetzt nie gesehen haben, und deswegen, trotz des Zuwachses an defensiven Skills, äh, deutlich, deutlich, deutlich mehr Schaden drin zu kriegen gegen diese Gegner als hier. So, sowohl der Rittersmann als auch der Zauberer-Typ können halt diese Fähigkeiten ausführen, und sie nerven, 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 bis der Arzt kommt, wenn man sie denn lässt, und deswegen habe ich sie beide mit der Stille belegt, und der Vollkommenheit des Nichts. Okay, Vitalität, gut, dieses Level-Up kommt sehr, sehr erfreulich früh, und... Okay, das haben wir jetzt nicht gesehen, sie lernt die Fähigkeit Alte Magie, auf einen und alle Gegner, eigentlich nur auf alle Gegner, weil es geht nur auf alle Gegner. Die Sterne, ja, deswegen dachte ich Sternentänzerin, Sternenhäubchen, das müsste doch eigentlich gehen, aber, gut, ich habe sie alle verkauft, und deswegen habe ich keins mehr. Aber, ich habe noch einige wenige Ausrüstungsamen, und jetzt müsste jetzt der Stärke-Buff sein, nicht auf alle Gegner sprechen kann, ha, ha. Moment, mal, 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 machen wir das einigen, erst mal so. Und, äh, ah ja, und, wie heißt es Lisa? Hat Marduk gelernt, Stärke hatte sie beim letzten Level-Up. Marduk, ui, Marduk wäre jetzt eigentlich für diese Konstellation hier die perfekte Welle gewesen, der perfekte Tag, weil ich es mag. Weil, Marduk macht nicht nur Gruppenscham, sondern, okay, Gruppenscham ist jetzt vernachlässigbar, aber, alle Gegner, die gestillt werden können, werden satt. Gemacht von seiner Macht. Und, deswegen, ich habe nicht gesehen, dass der, äh, Küchenmagier hier gerade noch auf diesen Screen herumschuert. Mach's, schütte's, vernichte's. Hauen wir mal, haut hier, haut hier drauf. Und die Nachtklinge. Ganz dringend Vitalität, sonst ist es zu spät. Hauen wir mal hauen. Äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, hier können wir natürlich auch Ausrüstungsdamen kriegen. Ähm, unter anderem von diesen Rittern, aber die Ritter will ich erstmal wegschnatzeln und mich um diese Klingen hier separat kümmern, weil die werden erstmal damit anfangen, wenn sie denn nicht aufgeweckt werden, sich mit einem random Element zu buffen und bis da, ja, bis die quasi hier ihren Senf an sich selber drangeschmiert haben, möchte ich gerne hier raus sein. Okay, jetzt kommen wir zu der Macht. Nicht von Greyskull, aber zu der Macht, der ich jetzt wahrscheinlich häufiger in diesem Dungeon mal zeigen werde. Und da wir jetzt ein schönes Level-Up haben, na gut, der Ritter hat noch nicht zurückgeschlagen, da ist er, oder sie, oder er ist Marduk. Marduk hat auch irgendwie einen bestimmten Hintergrund, aber ich kenne ihn nicht. Ähm, ich habe das mal bei Neon Genesis Evangelium quasi nachgesehen. Oh, der Magier ist nicht mehr. Und das Schöne ist auch gesagt, verdammte Schwert, oh, schade, der Rittersmann hat es nicht lange ausgehalten, weil diese komischen Messer, leider Gottes, ein bisschen stärker sind als, äh, würde das zumindest in der Ausrüstung, nicht Ausrüstung, ein wenig schlimmer sind. Ach du Lebegüte. Gut, stillen wir ihn erstmal. Und dann, nein, 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 ja, 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 sehr gut, sehr gut. Leider gibt es jetzt an dem Anfang dieses Gebietes nicht unbedingt eine speicherstatue das wäre sonst gibt es von euch fragen ich glaub densel wenzel ist es nicht ja aber auch gefragt hat die riko hat gefragt der sport 2048 ausrüstungsamen hat gefragt glaube ich heilt man heißt du ich halte mich jetzt noch mal kurz und mit und zwar was spiele ich denn wenn ich hiermit fertig bin erscheinen können und die röder die abgabe ich hatte auch schon was zum ende gesagt und verlegen ob das spiel ist ganz zu ende geht weil keiner mag das ding aber hier noch dann läuft oder gebiete und gegner umhaut ja so ist es halt okay ich glaube ich mache mal ein bisschen ich könnte natürlich auch den super zauber von entlang mal zeigen aber ja ich sag mal so er ist von der stärke her nicht wie der spell gut der spiel trifft nur einen charakter einen gegner und man muss natürlich ein höheres level haben damit er überhaupt schaden macht aber dann macht er 99 hingegen zu kann man natürlich dem übermächtigen death spell der gegner dadurch in dem man sich quasi levelgrinding mäßig in höhere levels sphären begibt und ja man das quasi dadurch vollständig auskontert wieso spiele ich das gerade jemand anderen das halt vollständig auskontert aber dazu müsste ich grinden und müsste nachsehen was für ein level die bosse haben das weiß ich nämlich nicht und das möchte ich ja eigentlich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich aber death spell dadurch für einen einzelnen gegner wenn man die voraussetzung für das geilste so wir haben alte magie ich zeige sie jetzt einfach mal die entlang oder aber der gegner zeige mir was er mit seiner magie zu leisten im stande ist die sau ja es ist meteor quasi ich kenne nur es gibt wahrscheinlich mehrere gegner die das können weil es gerade noch eine eine nämlich der magier des roten lotus da kommt der große brocken zum schluss es trifft alle gegner automatisch und macht massive damage ja beides geht es ist ganz nett mit den richtigen voraussetzungen kommen da auch 800 raus und ich denke mal wenn sie noch das eine oder andere level wird sie wahrscheinlich noch bekommen weil der dann hier ist groß und mächtig und die gegner geben gut erfahrungspunkte und sie dürfte das ende der intelligenzsteiger nicht erhalten haben dann gibt es natürlich den intelligenz buff und den intelligenz oder den magischen schadens debuff des gegners und von daher kommen wir damit glaube ich schon ganz gut auch an die schadensgrenze an aber den erzelt kostet glaube ich auch nur neuen erfahrung magie punkte im gegensatz zum alten oder antiken magie die denn da 12 kostet das eine und die animation ist viel 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 länger ich glaube in der animation wo der alte zauber durchkommt kann ich geschätzte zweieinhalb bis drei death spells raushauen aber von daher es ist eher was für die massenvergewaltigung von gegnern und dafür setzt sich dann auch ganz gerne jetzt habe ich schon wieder mehr drauf gehabt als ich eigentlich wollte das gehabt hätte ja und wie in neueren spielen das eigentlich jetzt ziemlich usus ist gibt es gibt es barriere in diesem fall feuerbar hier so dass wir die gegnerin kämpfen müssen in einem dokument welches was vom jahr von dem spiel generell handelt und auch die verschiedenen fahre abdeckt habe ich jetzt eine ganz interessante information gefunden für mich persönlich ob es jetzt wirklich so ist kann man sich streiten was habe ich gefunden hat information relativ einfach und zwar wurden die verschiedenen fahrzeuge spiele mit schwierigkeit stufen ausgestattet also spricht was das schwerste was man machen kann was das einfachste was man machen kann das einfachste soll tatsächlich normal ich glaube kali und ich habe das gefühl ich drücke wie ein idiot auf meine knöpfe und das passiert ja und das spiegel im boden ist glaube ich dieses leckere rand und ein augenkiller weil das alles so schön flackern tut warum sie hat sich besser hingekriegt haben ich habe keine ahnung aber ich sehe ja ja noch ein ausrüstungsabfall fürs überleben so was haben wir hier drin es ist wieder ein mächtiger großer krasser dämon aber bevor ich mich diesem hier stelle erst mal selber baffen weil ihr habt gesehen der haut rein der haut ganz mächtig rein der knabe also okay ich habe jetzt noch genau das hier mache penisstäbe egal jetzt dürfen einigermaßen gefahrlos niederknüppeln können wobei ich jetzt ehrlich sagt ja das ist jetzt noch mehr mit informationen mit den spiegeln oder gespiegelten schatten spiegel effekten auf boden ist immer noch keine ahnung warum man sich jetzt lang bewegt und das schöne wäre eigentlich an diesen dämonen könnte man fantastisch die ausrüstungsabfall problem ist nur wenn die aber trotzdem kommen nicht wieder weil die sind dafür zuständig dass man diese barriere durch hat es ist etwa eine steicherstatue nein sieht nicht danach aus aber jetzt kommen wir oben hin und hier der angekettelte mann erzeugt diesen ausgang dort unten so dass wir da jetzt lang kommen aber gehen wir noch mal hier unter das dürfen wir ja und bekämpfen fragezeichen muss noch mal hier durch so was der fall ist das auf der anderen seite was auf der anderen seite wollen wir machen machen doch das ist glaube ich macht schaden und stellt zumindest den widersmann ist es ein bisschen zu spät um die gladiatoren klingen ebenfalls zu stellen und leider gottes kann man nur mit einer charakterfähigkeit oder vielleicht auch den richtigen halten was man kaufen zum weise finden kann durch die klassen items das weiß ich jetzt nicht aber in erster regel nur durch ja ist es noch gleich durch klassen fertigkeiten einen gegner die sich die waffen sondern was wir darunter nehmen so anti z würde man bei final fantasy sagen medica nicht unbedingt gut dass wir honig haben gut dass rock ein großes mundwerk hat und ja also als ich dann gemerkt habe ich hätte das gründchen auch der entlang zu können wenn ich es ihr gegeben hätte wäre die e-mail mal früher angekommen ja da ist es mir wie eine nutte vom straßenstrich gefallen was ich da getan habe weil die erinnerung hatte ich tatsächlich schon also ja ich erinnere mich dran dass man es irgendwie vergeben muss dass irgendwie das inventar eines charakters ist man es irgendwie umdisponieren muss warum sie das ausgerechnet bei die dinger so gemacht haben ich habe nicht den hauch einer fucking ahnung warum das so ist es ist aber ich habe mir gedacht ja großartig vorbereiten auf dieses spiel musste ich nicht was damals ja gespielt wird aber dann sieht es auch wiederum so aus ja und ich finde schmerzen ganz ganz toll ich finde immer noch auch kann sein dass es wenn diese ist richtig kann natürlich sein dass ich jetzt so ein bisschen ja die nostalgie ist mir ein strich um die nase oder strich durch mich an der nase herum führt das moment bevor der mich jetzt nutzen tut nutzen wie ihn ok er kann super ist das magie ausüben finde ich toll ganz ganz toll das ist wahrscheinlich auch tot aber so zumindest tot ist ja sehr schön genau aber ich habe das spiel gespielt also da auf dem pc nur aus gründen der gründe ganz tollen gründen nur gemerkt aber ich habe es sehr spät gespielt und da fand ich so weiter da gab es playstation 1 mindestens zwei vielleicht auch schon weil es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr über einzelnen und ja genau deswegen würde ich sagen dass das ding eigentlich auch noch ganz gut aus heutiger weg funktioniert aber dabei natürlich gewisse design floors definitiv da sind das darf man nicht sagen also beispielsweise dass theoretisch manche standard gegner deutlich gefährlicher sind als mancher boss ist so eine sache die mir einfach wirklich nicht gefällt also nur der boss dann einfach oder wusste ich liegt auch so ein bisschen mit daran dass ich manchmal einfach nicht lohnt bei dem scheiß standard gegner der also in zwei schlägen vielleicht dann tut da ein bisschen mehr sind schon der dann einfach sehr schnell tut ist halt die die passen nicht macht und das eben eventuell auch aufgrund der geschwindigkeit oder der der leistungsfähigkeit des super nintendos ja das ganze dann runden basiert wird wenn es in richtung fertigkeiten einsatz geht ist dann doch sehr sehr schade wie ich finde wobei das liegt aber wahrscheinlich wirklich an der leistungsfähigkeit der konsol und war damals nicht anders gemacht war vielleicht haben sie sich anders vorgestellt war das spiel ursprünglich für dieses cd addon oder sowas fürs sns mehr damit geplant war wie ich gehört habe ich kann mir nicht lang so dass sich das im wohlgefallen hätte aufgelöst oder ja hätte aufgelöst und ich vermute auch dass die spiegelung hier deutlich besser wären würde das spiel auf diesen zusatzgerät was ja nicht erschienen ist erschienen seien aber die mussten halt naja gut sind die spiegelung komplett rausnehmen können ja ich kann mir vorstellen dass das leistung frisst vielleicht sind das auch surprise und deswegen mussten die flackern lassen damit der winden permanent angezeigt worden wären wird das ding jetzt hier legen und klackern und ich bin da kein super nintendo technik aber ich bin das immer schon ich persönlich bin das halt sehr sehr spannend auch wenn ich so höre was für tricks programmierer damals beim nc 64 beispielsweise veranstaltet haben um mehr als ja oder mehr als 27 gegner haben glaube ich weil irgendwie ist das breit limit bei acht objekten auf der konsole der konsole auf dem gerät gewesen ist und ja das sind so dinge wo ich mir denke wo heute bei iphone und so was bei sonstigen wollten spielen also ich weiß es nicht ich habe das gefühl heute ist diese technische ausreizung die damals der fall gewesen ist wo man es auch nicht noch gesehen hat war irgendwie auch so eine hardware ebene und hat tricks ebene ich glaube das ist heute noch in ganz ganz wenigen fällen auf der fall was ich halt sehr sehr schade finde aber nur wo das ist ja auch deutlich komplexer geworden als damals auch was die spieleentwicklung daher doppel kritisch klingt aber sehr kritisch für meine gesundheit ja ja es ist weg und schade weil die können glaube ich auch die ausrüstung sagen lassen nicht dass ich irgendwelche hoffnungen hätte dass ich noch mal irgendwas gescheites herauskriege aber schön wäre es zumindest der schachmeister und noch gerne noch ein kleines bisschen in dieser verstanden form bleiben das hört die chancen was er als letzter feld ja ich weiß ich könnte er mit entweder noch ein bisschen was zu machen und so weiter ich könnte mich noch machen aber ich habe denke ich halte es genug für diesen ganzen noch mit dabei und die möchte ich würde ich dann halt nutzen weil geld brauche ich jetzt im grunde eigentlich nur für standard items ja gut ich könnte mir noch die accessoires und die helme kaufen würde ich dann eventuell auch machen je nachdem was bei den ausrüstungssamen letztendlich dabei mit rauskommt aber ich spekuliere nicht drauf also das ist so marginaler unterschied dass es nicht unbedingt brauche würde ich mal sagen ja so da bin ich wieder wenn diese eine teuflische menge an lebenspunkten ich habe noch ich habe kurz wie heißt es ihr habt kurz aufgehört aufzunehmen einfach liebte ich dass ich einerseits meine helden gehalten habe weil man ja grauen statuen kann man eben nicht ein leider deswegen die da keine gültige hinstellen die kenntnis das ist ja finde ich ein bisschen besser in eurem spiel das häufig speicherpunkte auch definitiv heilen so ja ihr verfalls datums tomatenmänner das sind übrigens die die heilen die heilen gleichzeitig ist das ein bisschen kritisch was er gerade die ganze zeit passiert trifft dieses viermal in seinem verdammten kocht jetzt reicht es jetzt reicht es jetzt mal richtig gehören mit spitzwerken so geht es auch ich wollte eigentlich den super zauber machen das geht ja es geht ja aber dafür gibt es die stille ja mit 400 lebenspunkten die mit einem spruch gehalt werden da muss man erst mal rankommen ohne perfekte waffen und stärke werte und levels da jetzt bin ich stärker geworden yes yes oh yeah intelligenz mehr und damit müssten wir auch sämtliche skills erlernt haben so darf ich wo die sternen tänzerin darf auch okay in diesem fall wird sie etwas intelligenter eine warme was passiert jetzt gar nichts mehr die nachtklinge ist auch noch da dann wird die nachtklinge auch ein bisschen intelligenter bevor wir wieder an die richtigen werte rankommen irgendwann mal das spiel resettet sich gerade immer so ein bisschen das ist gerade fordernd hier auf diesem bildschirm ich muss mal alles läuft da also die musik und so weiter 1236 erfahrungspunkte baby und satans wimpern und eine satans lady so aus dem ist weggewimpert in einem augenblick war es dann ein fieser angehen auch jetzt auf die papier lady machen können und ihre blonde super gesucht naja wer gesagt hier gibt's noch ordentlich was an nein kein herz ist keine herz attacke keine zuckerherzen wie heißt es chibi usa auch sogar ich dachte wie du kommst da jetzt nicht durch eine tür ein hänkers mann ein hänkers mann mal zwei und ein weg der hier einführt doch kommen wir nicht weiter ein mächtiger dämon verschwärt uns doch da auch noch den weg da wird der berlin gehen und sich eine schokolade für die ente nacheindrücken dämlich da muss es durch diese tür hier durch gehen zum fledermausbereich jawohl doch was ist hier ein dämonenraum anscheinend bitte anrufung einem thron den wir konfrontieren konfront was zum was zum nein die hellen fallen schon wieder nach unten und was bietet sich ihnen hier es ist ein boss raum doch gegen was das erfahren wir in der nächsten folge von let's play na gut ist die metallkrabbe zeige denn sehr zu fünf bis dann ciao